Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einem neuen Community Replay. Heute haben wir eine Runde vom OG Nilos mit dem italienischen legendären Schlachtschiff der Columbo am Start. Dort werden wir uns natürlich schnell anschauen, welche Module und Kapitänskillung er verwendet. Er verwendet einmal das Zielsystem Mod 1, als zweites Antriebsmod 2, als drittes das Tarnsystem Mod 1 und zu guter Letzt noch das Hot Battery Mod 3. Und als Kapitän nutzt er den Angelo Iacchino mit der Basisfähigkeit Verschwinde und geskillt hat er einmal Flambierter Kanonier, rotierende Bohrer, Treffsicherheit, den Streckenrekord in XXL, als legendären Skill Testudo und bei den Inspirationen einmal den Andro, Cunningham und ARP Musashi. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins Gefecht. So, wir sind im Gefecht mit dem OG Nilos hier. Ist in der Division mit einer Yamato und einer Kabarovsk unterwegs. Hat hier drei Zerstörer pro Team, zwei Kreuzer, vier Schlachtschiffe auf der Karte Atlantik im Basiseroberen Modus. Die ARP ist natürlich direkt geladen. Wenn man dort Breitseiten bekommt, dann kann dieses Schiff auf jeden Fall richtig austeilen mit der ARP. Die ARP hat ja den höchsten ARP Schaden pro Minute von allen Schlachtschiffen auf der Stufe, also allen legendären Schiffen. Und ich glaube allgemein, glaube ich, den zweithöchsten ARP Schaden pro Minute. Ich glaube nur die Marlboro auf Stufe 8 hat auf jeden Fall nochmal einen höheren. Mehr fallen mir dort spontan gerade nicht ein. Allerdings hat die Marlboro natürlich deutlich schwächere Geschütze allgemein, was das Kaliber angeht. Von daher auf jeden Fall eine Waffe hier. Die Hauptbewaffnung von der Columbo. Ich persönlich bin nicht der größte Fan davon, innerhalb einer Division mehr als ein Schlachtschiff zu nutzen. Allerdings gefällt mir das hier in der Runde sehr gut, dass wenigstens hier versucht wird, aktiv Kreuzfeuer aufzubauen, indem man nicht mit beiden Schiffen in die gleiche Richtung fährt, sondern die Yamato bleibt mehr oder weniger am Startpunkt stehen oder fährt ein bisschen zur anderen Seite. Und der Nihilus versucht dort auf die linke Flanke zu kommen. Das garantiert natürlich ein gewisses Kreuzfeuer. Und die erste Salve inklusive Aufklärer ist auch schon unterwegs. Hat hier auch seinen Nebel genutzt. Ich bin mir nicht sicher, ob der Nebel jetzt so gewollt war oder dass das vielleicht sogar verdrückt war. Passiert mir auch manchmal, dass man irgendwie zwei Verbrauchsmaterialien fast auf einmal drückt. Weil ich glaube nicht, dass die zwei Schlachtschiffe dort unbedingt auf den Nihilus geschossen hätten. Obwohl er natürlich schon sehr breit Seite war. Vielleicht hat er deswegen auch noch zusätzlich den Nebel genutzt. Zweite Salve ist in der Luft. Und ähnlich wie die erste Salve, beide Salven hier jeweils fast 30.000 gemacht. Ich glaube erst war es ein Breitseiten-Kurfürst und danach eine Breitseiten-Schliefen. Links auch der erste feindliche Zerstörer aufgeklärt. Hat hier aber auch so gerade noch die Kronstadt in Reichweite. Versucht dort dann auf den Kreuzer zu gehen. Wäre wahrscheinlich auch nicht viel rumgekommen beim Zerstörer. Hätte er dort drauf versucht zu schießen. Und auch in dieser Salve sehr gut getroffen. Auch dieses Mal fast wieder 30.000. Es waren glaube ich immer so 27.000, 28.000. Um den Dreh in den Salven. Das hat auf jeden Fall gut gescheppert. Kronstadt dort hat einfach nicht gerechnet auf fast 20 Kilometern so eine Salve zu kassieren. Zögert hier so ein bisschen mit dem Schießen. Weil eben der Kurfürst nicht komplett Breitseite gerade fährt. Hat aber glaube ich gedreht. Von daher wird das trotzdem relativ soliden Schaden machen. Nimmt man natürlich gerne mit. Und hier nach dreieinhalb Minuten schon die 100.000 Schaden geknackt. So wünscht man das natürlich. Und der große Kurfürst hat anscheinend sehr viel Spaß dort gemütlich Breitseite rumzufahren. Von daher bleibt er dort auch bei seiner Strategie. Und kassiert hier die nächste 20k Salve. Kann man mal machen. Ah jetzt hat er gemerkt. Ja tut doch vielleicht nach einer Weile ein bisschen zu viel weh. Jetzt versucht er dort zu drehen wie es aussieht. Befreundeter. Kreuzer hier allerdings schon rausgegangen. Ich weiß nicht wie es passiert ist. Ich habe gerade nicht darauf geachtet welches Schiff den Kreuzer versenkt hat. Hatte dort aber genebelt gehabt. Eventuell aus dem Nebel rausgerutscht. Oder waren es Torpedos. Wie gesagt ich habe gerade nicht darauf geachtet. Zusätzlich auch auf der anderen Seite. Die Tulsa geht dort raus. Leider Gottes sieht es gerade so aus. Dass das gesamte blaue Team mehr oder weniger in dieselbe Richtung fährt. Innen hatte ich ja noch ein bisschen gelobt gehabt. Dass wir hier ein aktives Kreuzfeuer sehen. Aufgebaut in der Division. Das ist natürlich jetzt nicht mehr gegeben. Und dadurch dass auch mehr oder weniger alle Zerstörer hier auf einer Seite waren. Waren dementsprechend auch die restlichen zwei Schlachtschiffe dort relativ toll zu dieser einen Seite hier rüber. Wodurch natürlich das Gegnerteam deutlich besser Kreuzfeuer aufbauen kann. Allerdings der große Kurve ist dort nochmal 16.000 kassiert. Oh Linksfeindlicher Zerstörer Kleber nimmt hier gerade die Cabros raus wie es aussieht. Gelingt ihnen auch. Aber kommt dort natürlich nicht weg. Eine Kleber hat keinerlei Nebel. Und die Sekundär macht hier auch den Rest. War auf jeden Fall in Ordnung der Tausch. Ein fast toten Zerstörer gegen einen komplett vollen. Trotzdem ist hier das blaues Team. Auf jeden Fall was die Schiffe angeht im Rückstand. Ich bin mir ziemlich sicher wenn man sich die ganzen Trefferpunkte zusammenrechnen würde würde es ungefähr ausgeglichen sein. Gegnerteam ja ein Schlachtschiff schon draußen. Zusätzlich die Kurfürst passt draußen. Und blauen Team sind ja noch alle vier Schlachtschiffe am Leben. Jetzt kommt es aber sehr sehr drauf an auf den einen verbleibenden Zerstörer der sich wenigstens zur anderen Seite abgesetzt hat und dort den feindlichen Zerstörer die Gearing aufklärt. Da ist es natürlich jetzt hier wichtig den befreundeten Zerstörer zu unterstützen. Marlboro geht jetzt hier leider auch raus. Gearing wieder aufgeklärt dreht aber leider schon wieder raus. Eigentlich Giuseppe Verdi hat aber auch nicht mal ultra viele Trefferpunkte. schießt hier auch auf jeden Fall auf den Zerstörer das ist auf jeden Fall sehr sehr wichtig gerade als Schlachtschiff sollte man das definitiv auch so häufig wie möglich machen und auch wenn es in Anführungszeichen nur zwei Treffer sind. Zwei Treffer machen weiß nicht 2000-3000 Schaden oder was das waren. Das sind über 10% der Trefferpunkte vom Schiff. Klingt zwar erstmal nicht so viel was die Schadenswerte angeht aber kann entscheidend sein um dort die Runde noch zu gewinnen dort die Brindisi Giuseppe Verdi sollte dort relativ zügig rausgehen Brindisi macht hier auch einen auf gemütlich und kriegt dort auch direkt die Retourkutsche für hat dort absolut gar nicht reagiert ist einfach stumpf Breitseite weitergefahren hat nicht mal versucht zu bremsen oder zu lenken aber das könnte die Runde auf jeden Fall noch mal spannend machen wie gesagt der Kurfürst hat sich wahrscheinlich mittlerweile gut hoch geheilt aber ist dort halt auch relativ limitiert was die Trefferpunkte angeht und was die Gesamt Trefferpunkte angeht denke ich mal dass das jetzt relativ ausgeglichen ist kann natürlich jetzt nicht genau sehen wie viele Trefferpunkte noch die befreundeten Schlachtschiffe haben aber ja Kurfürst wie zu erwarten hat dort nicht mehr viele Trefferpunkte vielleicht mit einer guten Salve jetzt auch direkt schon der vierte Kill Frontgeschütze waren dort nicht so erfolgreich Eckgeschütze gingen so Yamato hat dort natürlich noch fast volle Trefferpunkte der Winkel dort auf jeden Fall an nicht optimal aber ich glaube nicht dass dort eine Zitadelle drin ist in dem Winkel der Nihilus kann natürlich schlecht gegen die 460 Millimeter anwinkeln kassiert dementsprechend hier auch ordentlich frontal aber die Kronstadt dort in der Mitte relativ offen in einer sehr sehr schlechten Position und die Salve ist draußen denn Nihilus kassiert jetzt hier relativ hart von der Yamato oh okay was macht denn die Yamato da und Stadt leider knapp überlebt aber die Yamato dreht jetzt hier gerade voll auf ihr seht er dreht immer mehr breitseite um wahrscheinlich das Heckgeschütz noch irgendwie rumzukriegen ist dort auch gegen die Insel gefahren und das sieht jetzt auf jeden Fall vom Winkel her aus deutlich besser aus und das klingelt hier auch mal richtig vier Zitadellen nur mit den Frontgeschützen Heckgeschütze dort leider haben Torpedoschutz hauptsächlich kaputt gegangen aber das war mal eine volle Yamato vor wenigen Sekunden jetzt ist es eine tote Yamato dort natürlich ein massiver Spielfehler den Hilos versucht jetzt hier nochmal seinen Nebel zu nutzen kriegt dadurch das Radar der Kronstadt raus und kann hier auch nochmal drauf schießen solider Treffer ich glaube das war fast sogar die erste Seife in der Runde wo das Ziel mal nicht Breitseite war wobei die Yamato war ja auch bei der ersten Seife glaube ich relativ solide angewinkelt und Yamato gibt der feindlichen Kronstadt den Rest und auch eine starke Leistung hier von der feindlichen Hayate dort ein sehr entscheidender Kampf und die feindliche Hayate gewinnt dort das Duell gegen die Gearing eventuell wenn wir uns die Trefferpunkte der Hayate angucken könnten diese 2000 Schaden die vorhin der Nihilus auf die Gearing gemacht hat den Unterschied gemacht haben eventuell wäre es sonst anders ausgegangen und die Gearing hätte vielleicht den befreundeten Zerstörer versenkt aber definitiv was die Positionierung zumindest hinten raus anging von der Hayate auf jeden Fall sehr sehr gut gespielt und jetzt ist auch nur noch ein feindlicher Zerstörer übrig und ehrlich gesagt gefühlt ist der feindliche Zerstörer seit 10 Minuten nicht mehr anwesend ich habe keine Ahnung was der feindliche Zerstörer gemacht hat aber ich glaube die zuletzt bekannte Position die dort angezeigt wird ist gefühlt schon 10 Minuten her also es war irgendwie am Rundenbeginn wo er glaube ich da mal aufgeklärt wurde keine Ahnung ob der AFK gegangen ist oder eine gemütliche Insel Rundfahrt macht aber so oder so auf jeden Fall sehr sehr geil gedreht jetzt sehen wir auch noch mal rechts die Trefferpunkte sowohl die Yamato als auch die Hayate kaum noch Trefferpunkte übrig knappes Ding hier auf jeden Fall aber es wird hier wahrscheinlich ein Sieg werden anderthalb Minuten noch auf der Uhr naja es kann immer noch eine Niederlage werden ich sag mal eine gute Torpedosalve gegen eins von den Schlachtschiffen welches ein paar mehr Trefferpunkte hat die Hayate kann man in ein zwei Seifen rausschießen und gut Yamato heilt glaube ich gerade nochmal okay da hinten ist die Smarland ja ehrlich gesagt weiß ich auch gerade nicht wie er aufgeklärt war es zu dicht an den Gegner ran okay kriegt hier aber nochmal Papelotreffer reicht aber nicht ganz versucht jetzt hier noch mit der Hauptbewaffnung hat auch keine Tarnung wie es aussah feinliche Smarland aber da freut man sich doch mal es wäre definitiv noch deutlich deutlich knapper gewesen wenn die Smarland dort noch ein bisschen mehr mitgespielt hätte beim ganzen aber richtig schöne Runde hat man glaube ich so das volle Potenzial von der Columbo gesehen was das AP Potenzial angeht klar wenn die Gegner ein bisschen anwinkeln dann muss man eventuell in der einen oder anderen Situation auch mal zu HE wechseln aber hat nicht ohne Grund den höchsten AP Schaden pro Minute von allen legendären Flachtschiffen und wenn man dort die Breitseiten bekommt dann klingelt das auch ordentlich haben wir hier glaube ich in der Runde gesehen sowohl gegen Kreuzer Zerstörer und auch Schlachtschiffe waren auf jeden Fall sehr sehr starke Seifen dabei und die Runde ist zu Ende sehr schön 326.000 Schaden wurden es am Ende mit 121 Hopp Batterietreffer ein Schiff aufgeklärt ein Ausfall drei Schiffe zerstört elf Zitadellen in der Runde gemacht 31 Sekundärtreffer dann gab es den Unterstützer Nahkampfexperte gegen die Kleber Vernichtnerschlag gegen die Brindisi und das Großkaliber schauen uns natürlich auch schnell das Teamergebnis an schöne Runde hier auf jeden Fall 3400 Basis-EP das im Basis-Erobern-Modus mit einem Schlachtschiff muss man erstmal schaffen sehr sehr stark auch ja solide Runde von der Schliefen aber auch von der Hayate auch wenn die was die Basis-EP angeht nicht wirklich viel gemacht hat aber gerade am Ende hat er durch die Positionierung dort es sehr leicht gemacht für die befreundeten Schlachtschiffe dort die Torpedos früh zu sehen und dann auch noch im 1 gegen 1 die Gearing rausgenommen wäre das nicht passiert wäre das wahrscheinlich die sichere Niederlage gewesen und im Gegnerteam Yamato dort mit dem Großkaliber auch eine gute Runde hat dort aber natürlich auch massiv den Fehler gemacht dort die Breitseite aufgemacht und hat dann quasi sein gesamtes Schiff innerhalb von wenigen Sekunden weggeworfen was für eine geile Runde da hat die AP der Columbo auf jeden Fall nicht enttäuscht und wirklich bei fast jeder Salve in der Runde wirklich ausgeteilt mega mega stark hier auf jeden Fall und das soll es auch soweit gewesen sein wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt schreibt es gerne in die Kommentare ich hoffe es hat euch gefallen lasst auf jeden Fall ein Like da ein Abo wer spitze schaut in die Videobeschreibung dort findet ihr meinen Twitter Account mein Twitch Kanal mein Discord Server schaut dort gerne vorbei ich würde mich freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal Leute haut rein ciao ciao